Ardha-Pita-Sana ist das gleiche wie Ardha-Patma-Sana und Ardha-Sana die Stellung des halben Lotuses. Pita heißt Sitz und Thron, Ardha-Pita-Sana ist eben der halbe Sitz, weil als Grundsitzhaltung im Yoga immer der Lotus gilt. Und so ist Ardha-Pita-Sana der halbe Sitz. Felix zeigt, wie es geht. Gib einen Fuß unter einen Oberschenkel und den anderen Fuß über den Oberschenkel und so bist du in Ardha-Pita-Sana. Also ein Fuß unter dem Oberschenkel und der andere Fuß auf dem Oberschenkel und so bist du in Ardha-Pita-Sana der halbe Lotus. Das ist ein Fuß unter dem Oberschenkel.